Hi, ich bin Stefan und wir schauen heute einmal auf die Vata-Aktie, weil es kommt jetzt doch wahrscheinlich alles anders, als wir gedacht haben. Es sieht momentan so aus, als wäre das wieder mal ein Riesenscam bei Vata gewesen. Und ja, was da genau hinter steckt, das schauen wir uns jetzt einmal an. Die große Frage ist ja, wie kann das sein, dass Vata jetzt auf einmal 175% plus gemacht hat in der letzten Zeit? Und es steht und fällt alles mit einer Ankündigung, die nicht mal von Vata selber stammt, sondern einfach nur ein Kommentar in einer Zeitung ist. Und welcher Kommentar das ist und insbesondere, was da gerade passiert und wie solche extremen Bewegungen zustande kommen, das möchte ich jetzt einmal in dem Video mit dir klären. Also, auf geht's. Ich habe hier einmal den Ausschnitt aus dem Beitrag, den ich bei mir in der Betreuung gepostet habe. Und zwar siehst du jetzt einmal hier die Mitteilung aus der FAZ. Und zwar, der österreichische Unternehmer und Mehrheitseigner Michael Teuner, ja, der steckt hinter ungefähr 50% der Anteile von Vata. Das heißt, das ist mit Abstand der größte Aktionär. Der wurde jetzt halt von der FAZ befragt, ja. Und er sagt halt, Vata braucht rund 100 Millionen Euro, was ich glaube, was eine massive Unterschätzung ist. Ich glaube, dass es wesentlich mehr ist, ehrlich gesagt. Und das ist jetzt auf jeden Fall die aktuelle Situation. Er will jetzt neues Eigenkapital dem Unternehmen zur Verfügung stellen und dann mit Porsche gemeinsam das Unternehmen retten. Und halt doch nicht diese Strahlung-Verfahren machen, was eigentlich angedacht war. Und das hier ist das, was ich meine, dass das doch der absolute Scam jetzt wieder mal war. Ja, das wirkt wie ein absolut abgekatertes Spiel, meiner Meinung nach. Also wirklich, ich finde es unmöglich. Und zwar bin ich hier bei euch, mit euch auf der Seite von Vata. Und hier seht ihr jetzt die Corporate News, ja. Das Letzte, was wir haben, ist vom 21. Juli, dass sie jetzt nach dem Strahlung-Verfahren diese Neuaufstellung machen wollen. Ja, und das würde halt eine komplette Enteignung der Aktionäre darstellen. Und es kann auch nicht wahr sein, dass in so einem Bericht von der FAZ, den ich jetzt auch dummerweise erst sieben Tage später bemerkt habe, ja, dass dort auf einmal jetzt mitgeteilt wird, okay, es kommt jetzt doch alles ganz anders als eigentlich geplant, ja. Und dieser Mann, der ist halt auch im Aufsichtsrat. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt solche öffentlichen Äußerungen machen darf. Also für mich wirkt es momentan wirklich so, als hätten die sich entschieden, okay, wir schicken den Aktienkurs jetzt nochmal richtig auf Talfahrt, decken uns ordentlich mit Aktien ein, unten auf dem Tiefpunkt. Und dann sagen wir, nee, es kommt jetzt doch alles ganz anders als geplant. Also man wird jetzt sehen, was da wirklich kommt. Wie gesagt, meine persönliche Einschätzung ist, dass die Verluste noch weit größer sind als die 100 Millionen, die jetzt gerade, ja, da veranschlagt werden, dass die benötigt werden. In dem Beitrag sagt er übrigens auch, dass er auch bereit ist, noch mehr Kapital dem Unternehmen zur Verfügung zu stellen, sollte das dann benötigt werden. Und damit wären sie natürlich ganz gut aufgestellt. Aber wie gesagt, diese 100 Millionen stehen für mich momentan noch mit einem richtig großen Fragezeichen da. Das sind die neuesten Informationen, die jetzt ganz frisch dazugekommen sind. Jetzt folgt noch der zweite Teil des Videos, wo ich einmal darauf eingehe, wie das denn sein kann, obwohl es ja nach wie vor so schlecht aussieht, obwohl das Unternehmen ja doch eigentlich gerade in die Pleite rutscht oder in die Insolvenz rutscht, dass wir solche starken Kursbewegungen haben. Und die Erklärung dafür kommt jetzt. Die ganze Situation soll so ein bisschen schwierig sein, ja, also es soll dieses Verfahren eingeleitet werden, wo die Aktionäre enteignet werden. Und ja, da stellt sich ja die Frage, was zum Teufel macht der Aktienkurs da, ne? Also wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, hier vielleicht einmal so in der Standardansicht, wie wir sie uns ja immer angucken, dann kannst du jetzt hier sehr, sehr schön sehen, dass wir halt, du siehst es hier, erst mal hier runtergebrochen sind mit der Meldung, okay, wir gehen jetzt ins Insolvenzverfahren und wir enteignen alle Aktionäre. Und dann ging es erst mal 63% nach oben, noch mal 20% nach unten und noch mal 33% nach oben, sodass wir jetzt ungefähr wieder bei diesen 63% plus sind, ja. Und das ist ja schon ein bisschen verblüffend und ich könnte mir gut vorstellen, dass viele von euch auch sagen, was soll das denn? Die Aktionäre sollen ja enteignet werden und irgendwie sind die Aktien immer noch was wert. Und was ist denn da los und wie kann das sein? Und genau das will ich jetzt einmal mit dir klären. So, hier siehst du das jetzt einmal sehr schön. Du siehst hier, das hier war am 22. Juli und direkt davor, nämlich am 21. Juli, kam diese Mitteilung hier raus, ja, dass nach dem Star-Ruck-Verfahren jetzt dieses Insolvenzverfahren abgehalten werden soll bei der Warteaktie. Und der Effekt, den das Ganze jetzt natürlich hat, ist, dass halt jetzt große Unsicherheit natürlich irgendwie entstanden ist, weil es jetzt halt wirklich sein könnte, dass die Aktionäre enteignet werden. Ich habe in meinem letzten Video das versucht sehr genau auseinanderzunehmen, was passiert da, was ist das für ein Verfahren, wie funktioniert das ganz genau. Wenn du dich dafür interessierst, dann schau dir einfach nochmal mein letztes Video an. Aber jetzt möchte ich einmal so ein bisschen allgemein über diese Situation mit dir sprechen. Wie kann das sein, dass bei solch einem Insolvenzverfahren immer noch so etwas wie ein Aktienkurs existiert? Ich denke, es ist sinnvoll, dass wir jetzt am Anfang von dem Video vielleicht noch einmal kurz darüber sprechen, wie verdient Warte normalerweise halt einfach sein Geld. Ich habe dir jetzt hier nochmal die Aufspaltung des Umsatzes mitgebracht. Und da siehst du jetzt die großen Geschäftsbereiche, die einfach bei der Warteaktie existieren. Und zwar haben wir einmal hier diesen Bereich Consumer Batteries. Das sind die ganz normalen Batterien, die du im Lidl und so kaufen kannst. Und dann haben wir den Bereich Micro Batteries, Lithium-Ionen, Coin Power. Das sind hier diese kleinen Knopfzellen. Und Energie Storage Systems. Dann haben wir noch andere. Und dann haben wir jetzt hier noch diesen Bereich Reconciliation. Das ist irgendwie diese Überwachung von den Geschäften aktuell. Das heißt, dass sie ja sich Hilfe geholt haben, um jetzt das System umzustrukturieren und so weiter. Und das schlägt mit minus 37 Millionen zu Buche. Und ja, also hier sehen wir jetzt auf jeden Fall den Umsatz. Wir sehen auch, an sich ist es ein relativ interessantes und profitables Geschäftsmodell, wenn man so will. Weil die direkten Kosten für die Waren, die die produzieren, gerade mal bei 44,9 Prozent des Umsatzes liegen. Und 55 Prozent dann auf den eigentlichen Prozess zurückzuführen ist. Du kannst ja auch sehr schön sehen, es gibt einmal die operativen Kosten, die den absolut größten Anteil annehmen. Und das Interessante ist halt, dass dieser Bereich Verwaltung und Verkauf wirklich nur 9,1 Prozent einnimmt. Während halt diese 49,5 Prozent andere operative Ausgaben sind, wie Investitionen in neue Güter und so. Und das ist auf jeden Fall die spannende Situation, die wir jetzt hier gerade haben. Übrig bleiben tut im Endeffekt noch das operative Einkommen. Du siehst es hier, minus 27,6 Millionen. Deswegen ist das jetzt hier unten so grau gefärbt, weil sie halt quasi keinen Überschuss generiert. Was jetzt natürlich daran liegt, dass sie im Endeffekt Verluste machen. Und ja, das ist einfach so die Situation, die wir haben. Steuern haben sie trotzdem bezahlt, was ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann. Aber das werden wahrscheinlich noch irgendwelche Zusatzsteuern oder Nachzahlungen vom letzten Jahr gewesen sein oder so. Das kann auf jeden Fall jetzt nicht auf die 2022er Daten zurückzuführen sein. Das ist übrigens das Aktuellste, was wir haben. Wir haben nämlich immer noch keinen ordentlichen Geschäftsbericht bei der Warta-Aktie. Und naja, was sollen wir machen? So sieht es halt gerade aus. Wenn ich mir das so angucke, dann fällt vor allem eine Sache auf. Und zwar fällt halt auf, dass der größte Kostenpunkt halt im Endeffekt diese Investition in neue Automobilbatterien und so weiter war. Und in neue Forschungszentren, die sie aufgebaut haben. Und das ist halt einfach wirklich richtig schief gegangen. Und das ist einfach das große Problem, was wir aktuell haben. Jetzt ist es halt so, dass wir eine große Unsicherheit haben. Und das Verrückte ist jetzt halt, dass wir in dieser Zeit hier zwischen dem 08.07. und dem 24.07. natürlich einen unglaublichen Kursverfall hatten, nämlich um 86%. Weil alle gedacht haben, okay, die Aktie ist einfach gar nichts mehr wert. Und das muss halt nicht zwangsläufig so sein. Und das ist jetzt auch der Grund, warum wir halt diese riesen Schwankungen haben. Und wenn ich jetzt mal so in den 4-Stunden-Chart reingehe, dann siehst du, wie diese verrückte Situation ist. Also jetzt hier zum Beispiel, in den ersten 4 Stunden am 08.07. war es halt wirklich so, dass wir 52% plus gemacht haben. Das heißt, das ist halt eine Aktie, die sich natürlich nicht für Investoren eignet, weil du brauchst natürlich ein sicheres Geschäftsmodell und eine möglichst prognostizierbare Zukunft, um jetzt ein Buy-and-Hold-Investment oder sowas draus zu machen. Aber für einen Trader kann das eine super interessante Situation sein, dass wir halt einfach diese riesen Volatilität in der Aktie haben. Und wenn man dann halt, ich sag mal so, aufs richtige Pferd setzt, an der richtigen Stelle, kann das halt sein, dass du dich wirklich dumm und dämlich verdienst. Und das ist auch genau der Punkt, warum jetzt so viel Bewegung aktuell bei der Warta-Aktie stattfindet. Es ist halt für viele super interessant, diese Aktie jetzt gerade zu handeln. Und darum haben wir halt auch diese riesen Kursschwankung. Das heißt jetzt aber nicht unbedingt, dass die Warta-Aktie jetzt gerettet ist oder so, sondern das spricht einfach nur von dieser riesigen Unsicherheit, die wir jetzt gerade dort haben. Und das ist halt das, was jetzt gerade passiert. Demnach solltest du jetzt in Warta investieren, willst du auch mal dabei sein, wenn es 50% nach oben geht, so nach dem Motto. Kann man machen, aber dir muss natürlich klar sein, dass das ein Spiel mit dem Feuer ist. Und es eignet sich meiner Meinung nach eigentlich nur für Day-Trading. Und dass sich das für Day-Trading eignet, kannst du jetzt eigentlich auch meistens ganz schön sehen. Und zwar sieht man das meistens daran, wenn dann am Ende des Tages kaum noch gehandelt wird. Und das hat man halt hier. Die ersten Stunden geht es richtig ab und dann schließt halt jeder wieder seine Position und dann passiert wieder nichts mehr, weil das einfach viel zu heikel ist. Dann ist wieder Markteröffnung und bumm, schießt es nach oben. Und dann gehen die Leute alle raus und in dem Fall wurde es jetzt halt sogar wieder abverkauft. Und das heißt, du wirst diese Peaks hier immer, du kannst sehen, 9 Uhr morgens, du wirst die immer nur zum Markteröffnung haben. Das heißt, wenn du daran teilnehmen willst oder so, sieh zu, dass du morgens um 9 direkt an deinem Rechner bist. Manchmal siehst du auch hier, ist dann so im Mittagsbereich noch was, aber gegen Nachmittag, Abend musst du halt wieder draußen sein, weil das viel zu risikoreich ist. Meiner Meinung nach. Du darfst es natürlich machen, wie du möchtest, gar kein Problem. Aber das ist auf jeden Fall das, wie du mit solchen Aktien umgehen kannst. Ich selbst mache sowas nicht, dass ich so im ganz kurzfristigen Bereich handele, auch wenn ich mit dem Wissen das natürlich eigentlich machen könnte. Eigentlich wäre es mal ein ganz lustiges Experiment. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich das mal machen soll. Können wir ja mal einen Livestream machen oder so, morgens um 9 und dann versuchen wir mal so im Daytrading-Bereich so hochgradig volatile Aktien zu handeln. Dabei ist das Wichtigste, dass ihr euch sehr gut vorbereitet. Also ihr müsst dann nach Marktschluss am Tag zuvor oder halt irgendwie in der Zeit vorher auf jeden Fall genau analysiert haben, welche Aktien sind das jetzt gerade, in die ich dort investieren möchte, investieren, in denen ich traden möchte. Und dann fokussiert ihr euch nur auf diese 3, 4 Aktien und ihr macht nichts anderes. Und wirklich die ersten Stunden irgendwie dann mit dem Trailing stoppt, das Ganze laufen lassen und dann gucken, was passiert. In welcher Größenordnung man den dann setzt und so ist immer so die Frage. Da musst du dir halt wieder definiert haben, was für dich halt wirklich jetzt der richtige Trade ist an der Stelle oder was für dich ein Aufwärtstrend ist, den du jetzt dort abbilden möchtest. Und dann kann man das durchaus machen. Also du siehst, bei Vata ist es durchaus spannend und das ist halt einfach das, was jetzt gerade passiert. Die Volatilität wird von Tradern gehandelt. Das sind jetzt eigentlich keine Investoren mehr. Und die Investoren, die können jetzt aber halt diese Trading Peaks durchaus nutzen, um halt vielleicht noch zu einem guten Kurs rauszukommen. Und ja, das ist im Endeffekt das, was man machen kann. Ich persönlich würde sagen, es kann gut sein, dass wir noch ein bisschen verdienen können an der Vata-Aktie. Aber das ist jetzt nichts, was du jetzt wirklich forcieren solltest, meiner Meinung nach. Es gibt gerade so viele Aktien, die richtig, richtig günstig sind, wo sich das lohnt. Wir haben ja auch ein paar hier auf dem Kanal besprochen und ganz viele im Investment Club. Wenn du da dabei sein willst, trag dich gerne ein. Hier, focusinvestor.de. Und ja, dann ist das eine richtig coole Sache. Ich gehe jetzt noch eine Runde schwimmen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Danke, alles gut. Ciao. Ciao.